stellen dass man mal rechts bauen könnte und so bist du noch ziemlich nah am plattform so dass das nicht vor genau auf der reihe von dem zaun ist zum zum opfer so eine linie bild dass man zur not noch weise in die mauer ziehen kann oder so ich frage mich warum der scheiß die scheiß chassis und ein flint eingesaugt hat das herkam ja warum hat der flint in den tag absteigen geschmissen dafür ist die chester das kann der bild ist doch obwohl es dafür den echt den zweck der ganz geil ist einfach nur zum zum müll und fallen lassen ja in dem moment brauchte ich halt den platz einmal diese ausreden so wenn wir die mit der ich will es denn hier drinnen schon alles klar im hast du zu Wo bist du? Äh, da hinten. Bei der Melonenform. Aha. Hm. Wieso? Mh. Auch hier zwei. Wollt ihr es genauso auf wieder? Zwei und dann das Kreuzkopf in der Mitte. Ja. So. Ups. Zwei, zwei. Und da rein. Und da rein. Ich glaube, der kommt nachher da rein. Da rein, da rein, da rein. Da rein. Da Lai Lama. Und wo ist mein Hammer? Ich hätte es andersrum drehen sollen. Scheiße. Das ist einfacher. Nein, dann habe ich da. Okay. So. So. Dann haben wir noch ein Switch hier. Und das. Sechs. Okay. Aber das. Kann ich hier nämlich mal... eins. Ne, das reicht ja. Mann von ist normal. Das war eigentlich die andere verkehren. Bei denen. können wir da so verbinden aber das ist ein bisschen blöd da oben steht der strom das hier muss jetzt mal mitkommen oder so von da rein hier rein disabled disabled insert können wir so machen durch bitte wie komme ich von hier aus sie gern wir kommen jetzt um blöcke zum hofer und blop 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 was auch ich gerade abgebaut habe extrakt jetzt sollte die da reinschmeißen können jawohl kannst du da irgendwo schlafen oder musst du zurücklaufen musst zurücklaufen müsste nach oben laufen ja ist egal dann bleibt es halt nacht so dann oh du bist da jetzt fluid oh fluidpipese reicht nicht was bräuchte dafür quick glass da habe ich noch quick glass boah und steck reicht ja wurde 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 und ne wurde hier scheint es zu laufen über anderthalb sechs netherrack oder für irgendwas zu tun gar nichts läuft läuft ohne irgendwas zu tun super super ist doch super das wird halt nur das ganze dinge ist nachzunehmen wenn man sagt macht man die insel groß klein ne von anfang ist sie klein sehr froh dass sie auf höher basis gebaut worden ist da bin ich in der mitte gang durch zu machen dass man auch von unten umgehen kann jetzt ist ja genug platz habe ich gesehen extra braucht der selber auch noch strom oder produziert denn nur und funktioniert der mit den anderen mods hat der f und der f kann ich eigentlich liefern frage 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 der muss ja was denn was denn das und das geile ist du hast das halt so hingekriegt die mitte wurde die brücke gebaut hast genau das ist runter gesetzt und das daneben steht alles höher ja irgendwo ist es weißt du ja weil ich nicht zu ende gebaut habe die linke seite steht da ist nur der rand ich glaube nicht mal der ganze rand ich habe schon gesehen ich habe schon gesehen da plumpst du auch mit da und seit gut ja du musst aufpassen wenn du das offen glaubst ja ja weil ich mir gedacht hätte der filler der macht die reihe da gleich mit runter nein will er nicht jetzt vorher einen tiefer sitzen oder war es mir scheißegal sowas kann dir aber nicht scheißegal sein doch mein gott darf es auch nicht was was brauche ich jetzt gleich für den anderen noch wird er gleich nochmal super teurer so sie nehmen ein zettel und schreiben alles auf warum ich merken kann da mit na klingel gut dass ich obs und jetzt auf weiß auf der gleiche mute spürt hast du gelegt so wie ich gerade miesen musste wenn du faule socke du sollst aufreden lalala lalala so so da bin ich wieder hat es gebimmelt an der tür warum war es weg als gebimmelt an der tür warum war es weg als gebimmelt an der tür ach so ruhig und da wohnt was vorbeigemann ich hab das auch für gleiche mute spür gelegt die tasse auch für gleiche mute und leicht gelegt habe so wie ich gerade genießt habe ey ne unterscheidet ich das nicht und dann hat schuhe im nächsten moment so kräften wieder kräften ich habe momentan auch vor dem pakt dass er mit einem automatisch losläuft oder wenn ich drücke dass er einfach weiterläuft lustig keine ahnung warum lustig richtig lustig nein doch oh elektron wird nicht reichen du hast einen schaden was brauche ich denn dafür ah ja kopf gold und ne gold und silber ja 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 das war zu weit ich weiß nicht mehr ich wollte die tun nicht So. Ich bin zu viel. So geht. Zentus hat nen Knall. Oh, das Gummibot.